Hallo Freunde, ich bin's, Dr. Herbert Eisenheim und ihr kennt mich, ich lebe in Los Santos mit meinen drei Freunden, ne? Ja, also ihr wisst ja, die Ilse Schneidergacker, Harald und Henrietta Hummelberg und ja, wir sind Freunde und ja, ihr wisst ja, offiziell spiele ich auf dem Nameless Capture 2 Server. Ja, viel Spaß beim Herbie Best of. Ja, das wird lustig. Was hast du was gesagt? Ne, ich schreit schon diese Zeit mit dir, Herbert. Echt? Bin grad kurz eingeschlafen, du weißt doch, Sekundenschlaf. Achne, die Fliegen hier wieder. Möchtet ihr mir grad eine drücken? Äh, Harald. Also, Herbert. Ja. Ilse. Also, Henrietta hat ein Kofferproblem gehabt. Ach so, Henrietta. Ach, Henrietta. Na endlich. Ich brauch mal die Nummer von Harald. Ich brauch die Nummer von Harald schnell. Sonst bevor das wieder auf schwarz wird, hier das Bild. Herbert. Ja. Weißt du noch, sag mal, kennst du die große Hauptstelle da in Berlin? Mit dem Bär? Ja, ja. Der Flughafen hier ist wenigstens schon fertig. Architektenwitz. Hahaha. Ich muss mal aufs Klo, ich komm gleich wieder. Oh, war falscher Alarm. Ich musste nur fett pfurzen. Ich brauch auch noch mal deine Nummer. Ach so, ich hätt mir die Nummer nur dir solle. Deine Nummer. Ich hol mal kurz die Nummer von Harald. Nummer. So, also, vom Harald. Jetzt warte, Herbert. Henrietta, Nummer, schnell. Ich sterbe sonst. Also, vom Harald. Herbert, nimm zu. Los. Nummer. 377. So, ich hab ein Taxi bestellt, es kommt aber keins. Wieso kommt keine Taxi? Ja, ich will, dass hier ein scheiß Staat ist. Müssen wir jetzt laufen. Wir können ja auch gar keine Taxi. Hast du Geld? Nee, aber wir können ja Taxi prähen, bezahlen und abhauen. Ganz schön flott. Guck mal, was ich kann. Ja. Ja. Ja, kannst du mal sehen, was ich alter Sack noch drauf hab auf meine letzten Tage, ne? Ich. Schnecke. Ich weiß auch gar nicht so genau, wo wir lang müssen, tatsächlich. Was macht denn der Herbert schon wieder zu? Ha, 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 ha. Hast du das gesehen? Stretching. Hält dich mit. Harald! Musst du Pipi machen, oder was? Hast du dich verletzt und dir was bricht? Ich bin Arzt. Ich hab ne Idee. Wir rufen jetzt, äh, die Polizei. Die sollen uns mal da hinfahren, wo wir hinwollen. Ja, rufst du die mal? Ich hab die Taxi auch nochmal angerufen, aber das ist irgendwie... Ja, da passiert nix. Ja, ne, vielleicht sind die alle beschäftigt. Ja, aber wir sind alt und verwirrt. Ilse! Inreda, jetzt ist alles gut, ich konnte jetzt. Sag dir mal, Aywo, äh, was ist denn jetzt der erste Punkt? Also, die Ilse... Ne, wir müssen in die Stadt. Ja, aber wo? Ja, hat jemand, äh, also ich mein, wir sind ja sehr gut vor... Der da lang! Sicher! Dann gehen wir da lang! Ne, geh mal nicht. Wollen wir nicht lieber da lang gehen! Wollen wir einen Moment, ich suche doch in meinen Taschen was zu essen. Ja, lass da mal hin! Ich hab 350! Aber wir haben doch noch gar keinen Führerschein. Ja, aber das ist ja erst mal egal. Aber du hast Hunger! Früher, weißt du, wie das früher war? Da hat man einen Führerschein bekommen, wenn man ein Stück vorwärts und ein Stück rückwärts fahren konnte. Wisst ihr was? Es wär so schön, ne? Man könnte jetzt im Heim sitzen und jetzt würde es fast Mittagessen geben. Ah ja, zuckerfreie Schokopudding. Äh, wä? Und wie hieß noch mal dieser komische Typ, der uns immer geärgert hat? Scheiß Laden! Komm, wir nehmen Stein und schmeißen die Scheibe ein! Ich hab mir das jetzt hier aber architektonisch besser vorgestellt. Harald, geh bitte nicht auf dem Rasen, das gehört sich nicht. Einer haste recht, Henrietta. Ich war von der Architektur sehr fasziniert. Au! Scheiße! Ich bin gestolpert! Ist alles in Ordnung mit dir, Herbert? Ja, geh ich gleich wieder. Mal kurz durchatmen. Dann ist ja gut. Wirklich alles in Ordnung? Ja! Oh, mein Fuß tut jetzt auch weh. Herr Bob, vielleicht musst du da mit Krankenwagen rufen, dass die dich schnell abholen. Ich hoffe, das wird nicht nötig sein, dass der da jetzt nicht wieder mit Krankenhagen kommt. Mir tut das so ein bisschen weh. Mir tut das so ein bisschen weh. Ich bin ja gerade gefallen. Nein, dann ruf lieber einen Krankenwagen an, Herbert. Nicht, dass das jetzt irgendwie sich entzündet. Nee, ich brauch keinen Krankenwagen. Ich bin Arzt. Ach, Herbert, jetzt hör auf mal alles. Herr Bert, Herr Bert, jetzt spiel hier nicht krank. Hast du einen Herzinfarkt? Nein! Herr Bert, ich muss eine Krankenware rufen, wenn du einen Herzinfarkt hast. Hauch halt, jetzt ruf den Krankenwagen. Ah ja, Moment. Ihr rufen so. Aua! Irgendwas ist komisch. Ja, wie machen wir das? Es dreht sich alles. Das was? Es dreht sich alles. Ich glaube, ich brauch doch mal einen Arzt. Altes MD. Ja, gut. Moment. Herr Bert, Herr Bert. Herr Bert. Ja! Erzähl doch was von deiner Frau. Die ist doof. Ah ja, das weiß ich. Aber wir müssen jetzt hier ein bisschen sitzen, bis der Notarzt kommt. Da kommt bestimmt keiner. Das ist wie in Deutschland. Da kommt auch, als wäre, wenn du tot bist. Herr Bert, du bist Arzt. Du weißt, wie das ist. Ja, und wir müssen uns dann jetzt zurechtfinden. Na, Herr Bert. Oh! Hilfe! Der Herbert! Ein guter Tag. Hallo! Was ist denn passiert? Der Herbert ist einfach umgeknickt. Ich bin da vorne gestürzt. Und jetzt tut mein rechtes Bein weh. Ich verstehe sie nicht. Okay. Äh, dann guck mal das sonst mal an. Dann kommen sie grad mal auf Seite. Ich geh auf Zeit. Ich helfe ihnen ein bisschen. Du meinst es denn mit dir nicht. Äh, ich guck mal. Tut das weh, wenn ich den Fuß so ein bisschen hoch und runter bewege? Ein bisschen, aber ich bin ja auch 92. Henrietta! Ja. Du kannst uns nicht mitnehmen. Ja, aber... Aber so wie die Henrietta aussieht vielleicht doch... Oh, dann lege ich da mal ein Kühek drauf. Ist schon echt... Ja, das wäre super. Ah ja. Mach sie jetzt auch. So langsam kriege ich Hunger. Mir hat der Naht und was. Was ist, wenn ich Hunger bekomme? Nicht zu lange drauf lassen, sonst gibt es Erfrierungen da. Jetzt blute ich. Wissen Sie, wir sind gerade erst hier angekommen und schon falle ich auf die Schnauze. Ja, du hast ja auch deine Tabletten vergessen. Und meine Brille verloren. Oh je. Ich habe meinen Koffer verloren. Oh je, Mini. Der kommt gerade nicht klar, der Typ. Aber guck mich doch mal an. Was red ich denn da? Ich scheiße doch auf dem Zug. Ah ja, wir sind doch extra nett da weggegangen, wie ich dem superfreien Schokobudding, um jetzt hier nix Süßes zu essen. Ja, 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 ich habe ja schon... Oh, 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 Frau, Ilse. Was machst du denn da, Ilse? Geht's Ihnen gut? Oh, Entschuldigung. Kollege, ich brauche gleich ein Glas im SMD. Entschuldigung, das war eine Größe für ihn schon. Das macht den Super-Schock. Ach, das ist Super-Schock, der wird es gewesen sein. Die Erde hat schon... Was macht denn der Hebe da? Aber der muss halt mal für alte Hirnchirurge. Ah. Hat mal wer Wasser da, oder... Also, wir müssen hier gerade Arschlauch. Wir müssen hier nicht einen anderen Baum suchen dafür. Ja, riech mal. Hebe, jetzt geh fort. Na, Icker, Hauptsache, wir kommen irgendwann auch immer an, Herber. Ja, wir kriegen das hin. Mit deinem Rumgekasper, mit deinem Fuß. Guck, ich sage dir, da ist... Es ist eine Autobahn, sage ich doch. Wir können nicht über die Aut... Obwohl, da ist ein Standstreifen, ne? Ja, bleibt uns anderes übrig. So, kommt nix. Mitkomm. Yo, Ilse! Das ist doch rot. Das ist rot. Herbert, wenn da jetzt was passiert... Dann ist sie tot. Ich rufe nirgends wo an. Ich weiß nicht, wie das geht. Also, wird esStop, Und dann gibt es einen Staatssicht. Ike, wie das ist. Ich rufe. Gut, bist du locker mit dir. Du kannst doch nicht die Roller einfach hier verprügeln. Die sind umgefallen, ich schwöre. Na geradeaus und über die Brücke dann. Also hier so lang. Wir müssen auf die andere Straße sein. Wir müssen da drüben, wo das Mobily Auto ist. Auf der anderen Seite, auf der linken Seite davon müssen wir her. Ich gehe jetzt hier über die Straße. Stopp, es ist rot. Herbert, die Netzwerkschaltung von der Ampel ist kaputt. Achso, Schaltstart. Herbert! Herbert? Ja. Benehm dich. Sorry, ich war kacken. Wir haben gerade mit zwei sehr netten jungen Männern geredet. Ja. Die hatten ein Partner-Outfit an. War nicht schwul? Wir müssen jetzt mal fragen. Das würde ich jetzt nicht vermuten. Die waren jedenfalls keine Zwillinge. Achso. Wir haben extra gefragt, es waren drei Zwillinge. Ja, aber dass ich das jetzt mal verstehe. Haben wir jetzt Rentenanspruch oder nicht? Wer ist denn Herrn Weiß fragen oder nicht? Nein, das müssen wir mal gucken. Wer ist denn Herr Schweiß? Schweiß? Weiß wie schwarz. Auf Weiß. Wie braun. Okay. Ja, die haben gesagt, wir sollen nach dem fragen. Der wird uns bestimmt fahren, haben die gesagt. Aber ich glaube, das waren Kriminalisten. Ich glaube auch, das waren Kriminalisten. Aber die hatten doch ein Partner-Outfit an. Ja, aber dann gehen wir jetzt mal zur Polizei und fragen mal. Ja. Ilse, äh, Henrietta, magst du auf meinen Schoß kommen? Kannst doch auf meinem kommen. Hier ist Stipp. Das ist F.I.B. Das steht für... Nein, für was steht denn das? Finale Invasion, Beklopter. Das steht in der Fall Investigation, Büro. Die Enderil Investigative. Was macht man denn da? Oh, guck mal, da ist der Wurst los. Der kann aber auch nicht. Schnell, schnell. Hallo, mach auf. Ja, Moment, ist offen. Nein, ist so. Guck mal, hier gibt's ein Bacon-Tripple-Cheese-Maid. Der sieht aber deliziös aus. Ja, Herzinfarkt vorprogrammiert. Meinst du denn, das kriegen wir dann direkt? Du bist ja der Arzt. Ich bin kein Arzt. Ich bin Chirurg. Ja, ist das nicht dasselbe. Nee, ich schneide Menschen auf. Das heißt, du bist ein Massenmörder? Nein. Verstehe ich nicht. Aber damals, weißt du, da haben wir an Leichen geübt. An Leichen. An Toten. Die haben wir die Gehirne rausgenommen und haben da rumgetockt dort. Ach, du liebe Zeit. Ja. Am Anfang waren das nur Schweine. Da war das noch einfacher. Aber dann kamen die Toten. Zehn Mark. Zehn Mark haben wir für eine Leiche bezahlt. Das ist aber günstig. Ja. Ja, und, 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 aber wofür habt ihr denn die Gehirne da rausgenommen? Um zu gucken, woran die gestorben sind. Aber die meisten sind an Verkalkung gestorben. Vom Herzen. Weil sie so viel fettes Essen gegessen haben. Und das sieht man im Gehirn? Nein. Er ist da. Ja, du bist... Hallo, Schnecke. Kann ich deine Nummer haben? Ich nehme dich mit in mein Hotel. PlayStation. Hier ist eine PlayStation. Hier, Dieter, gibts alles, was ihr braucht. Kostet das Geld? Jetzt mal ernsthaft, wo übernachten wir dann eigentlich? Na, dann müssen wir uns gleich noch was nehmen. Aber wir müssen dann... Ich häng fest. Weil ich brauch noch was zu essen. Herbert, der hat schon wieder ein Auto geblieben. Ich hab's doch genau gehört. Ich häng fest. Ich hab mal ein Auto gefunden. Herbert! Komm, wir fahren. Herbert, das darf man nicht... Das ist mir egal. Guck mal. Nee, da ist zu. Herbert! Der Beifahrer war nur offen. Ich hab ein Auto. Lass das. Du kommst jetzt mit. Herbert. Herbert. Was? Das ist nicht dein Auto. Ja, aber das war offen. Ja, aber deswegen ist es ja nicht dein Auto. Das ist doch wie im Heim gewesen. Da war doch auch immer alles abgeschlossen. Und wenn's offen war, sind wir da auch reingegangen. Ja. Bis sie uns die Tür zugemacht haben zur Küche. Guck mal, der hier, der parkt vor den Notausgang. Das darf man nicht. Ist der offen? Nein. Ich bin nur Zuschauer. Ich hab nix. Ja. Ich soll trotzdem vorsorgliche Kontrolle machen. Hey, Herbert. Herbert, du bist gestürzt. Vorhin auch. Ja, das war aber nur Schauspielerei. Wunderschön. Was sagst du jetzt? Da hätt ich einmal den Namen ganz und den Nachnamen, bitte. Mein Nachname ist Eisenheim. Eisenheim. Genau. Du sollst mich doch nicht hier runterschützen. Entschuldige. Eisenheim. Dann hab ich gehört. Herbert? Ja, Dr. Herbert. Herbert. Dokter? Dokter. Wofür? Ich bin Hirnchirurg. Doktor. War. Ich bin immer noch. Ja, du hast die Approbation noch. Ja, ich bin 92. Ich kann trotzdem neu. Hab ich keine sittrigen Hände mehr. Glaube sie dem kein Wort, dem Mann. Gut, okay. Machen wir erst mal eins. Wir haben den Doktor, Herrn Eisenheim, Herbert. Dann brauche ich einmal das Geburtsdatum, bitte. Das ist der 6.10.1927. 1927. Okay. Bodenhaft in? Hier. Haben Sie ein Hotel? Nein, wir sind heute erst angekommen. Dann kann ich das Hotel am Stadtpark empfehlen. Ja, habt ihr das gehört? Hotel am Stadtpark. Sagen Sie, kennen Sie einen Herrn Schweiß? Der wurde vorhin erwähnt. Den gebe ich doch nicht. Der hat er doch gesagt, der junge Mann. Ich kenne keinen Herrn Schweiß. Das tut mir leid. Ich kenne einen Herrn Schwarz. Das bin ich. Ja, wissen Sie, wir haben so zwei Männer da gefunden. Die sind auf der Straße. Die sind auch ganz rabiat schnell gefahren. Ja. Und dann haben die uns gesagt, wir sollen für ein Taxi zur Polizei gehen. Ich habe das ja direkt angezweifelt. Und die haben gesagt, wir sollen nach einem Herrn Weiß sprechen. Aber ich kenne ja hier niemanden. Nein, der hieß Schweiß. Er hat Schweiß gesagt. Nein, wir machen keine Taxifahrt. Da hat jemand sie mächtig veräppelt bei der Herr Weiß. Das ist der Chief of Police. Ah, ah. Ah, Ilse, Ilse, es gibt doch einen Herr Weiß. Kann ich wenigstens meinen Fuß abheben? Ja, natürlich. Natürlich kennen Sie das. Ah, die haben nicht gelogen. So, dann bräuchte ich noch einen Geburtsort von Ihnen, Herr Eisenheim. Ein bitte was? Ein Geburtsort? Ja. Das ist in Deutschland. Im Porta Westfalica. Was? Haben Sie das verstanden? Porta Westfalica? Im Porta Westfalica. Aha. Also, Porta Westfalica. Also, Porta Westfalica. Der Analphabet, oder was? A-li-ka. Ja, so wie es. Äh, ausgeübter Beruf. Hatten Sie gesagt, Hirnchirurg? Ja, genau. Seit 1950. Sag mal, Harald, kannst du nicht mal ein bisschen lauter sprechen? Man hört dich hier gar nicht. Dann hätte ich gerne einmal eine Telefonnummer von Ihnen. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Mit dem komischen Gerät. Kleinen Moment. Natürlich. Meine Handynummer ist 216377. Hab ich so mit? Ihre Blutgruppe bekannt? Ja. B-positiv. 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 Alakin. Nur gegen Penis-Penicillin. Penicillin. Ja, genau. Sehr schön. Unverträglichkeiten. Ja. Wissen Sie, wenn ich Pilze esse, dann kriege ich immer Durchfall. Also, haben Sie eine Unverträglichkeit auf Hefe, auf Maismehl, auf, ähm, auf was? Auf Pilze. Auf Pilze. Pilze sind ja tot. Der hat allergängige Pilze. Da kriege ich Durchfall. Das ist doch keine Allergie. So, sehr schön. Medikamente, die Sie tagtäglich zu sich nehmen. Ja, jetzt haben Sie was angefangen. Warten Sie ab. Die Liste ist lang. Und? Ich fang mal an. Amlodipin 5 Milligramm. Am Abendtag. Metropolol 36,5. Dann bekomme ich noch... Ich verkürze das. Ich nehme ganz viele. Fürs Herz. Und Blutdruck zu hoch. Ich glaube, der Herr will, der nimmt schon öffnen die Tabletten. Ganz viele. Ja, ich habe Ihnen alles so geil. Ich grüße dich, Emo. Alles super. Es macht Spaß. Da. Zeitkontakt. Habe ich keinen. Das sind meine drei Freunde hier. Schreibe sie Harald, Ilse und Henrietta. Harald. Was darf ich denn mal nicht verstehen? Ich verstehe die gar nicht. Ilse. Nimmst du den gar keinen? Und wenn noch? Henrietta. Ein und zwei Frau, die Henrietta. 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 Boah. Ach. Ach. Hello Sam, die Sie sprechen mit der 86. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber deine Frau kann dir doch auch mit dem Finger im Arsch rumstechen. Das ist doch gar kein Problem. Ach ja, deswegen lasse ich das erahnen. Ich will einen Mann machen. Ja, deshalb mach es doch vom Freund. Ich habe auch warme Hände. Nee, danke. Ein Telefonzeug jetzt klingeln. Hörst du das? Nee. Oh Mann. Aber warum damit? Einsteigen. Henrietta, andere Weide. Ich wollte doch voran gehen. Du wolltest mit den Ilse fahren. Herr Bert. Herr Bert. Hä? Ich hoffe, du bist ein guter Beifahrer. Ja. Hallo Schatz. So, auf geht's. Ich könne mir jetzt nicht dahin so ein bisschen Kuscheln tun. Was hat denn die Schrottkarre gekostet? Ist der so romantisch. Es ist rot. Es ist rot. Ei, ei. Äh, Ilse. Sag mal, wann bist du eigentlich das letzte Mal Auto gefahren? Ne, das ist schon. Es ist wieder rot. Ja, schon her. Na, wie ist es? Und nochmal rot. Okay. Brüms. Jetzt ist grün. Ei, grün. Grün. Du kannst fahren. Ich hoffe, der... Also, Marie packt das Server ein bisschen. Es ist rot, Ilse. Es ist rot. Es ist rot. Es ist egal. Die Ampeln funktionieren hier nicht richtig. Ach so. Hat er dir das arg gesagt? Ei, ei, guck, da sind wir schon an der Tankstelle. Ah, schön. Ja, super. Ich hol mir kurz was zu essen. Herr Bert? Herr Bert? Ja? Das ist nicht dein Auto. Ich will doch nur mal angucken. Ah ja, das ist ein Foodtruck, oder? Ja, deshalb wollte ich mir den ja mal angucken. Ja, nee. Heavy Selling Shoe Sides. Also, der verkauft schwer und wir sollen uns entscheiden, welche Seite. Was? Kill That Hunger. Das ist ein Foodtruck. Das weiß ich. Das sehe ich doch hier. Ich dachte, der verkauft Frauen. Der verkauft keine Frauen. Warum nicht? Weil das illegal ist. Das ist doch nicht illegal. Ei, doch. Du darfst keine Frauen verkaufen. Das ist ein Gewerbe. Ei, nur wenn du es anmeldst. Ja, ich will das ja nicht anmelden. Aber wenn du einen Foodtruck hast, dann kannst du es nicht anmelden. Dann bist du ja ein Foodtruck und kein... Ja, aber trotzdem. 21 soll sie sein. Und, und, äh... Und, äh... Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aneinandergefallen. Das musst du. Herbert! Oh, oh! Hey, du tust dir noch weh. Das Auto ist A. Na? Aber guck mal, einer an. Hier die Tür. Das muss doch jemand... Können wir das Auto reparieren lassen? Das ist defekt. Das war schon so. Ei, wahrscheinlich hat das der Flieger geschenkt bekommen. Och, der ist aber laut. Scheiß, Kacke. Ei, Ilse. Ich kann das hier scheinen...